Wir werden euch jetzt mal zahlen, wie das so früher gewesen ist. Früher waren die Bands oft noch sehr klein. Es gab viele große Hits, die wurden mit nur drei Mann aufgenommen. Alex und Henning, ihr hättet mal ganz kurz frei, wenn ihr... Ja, ihr könnt mal hinter, ja, also hinten, einfach spät in Rundes, Luder oder so. Einfach nach hinten gehen. Und wir spielen jetzt mal einen Song zu dritt für euch. Und zwar, ihr merkt schon, wir reiten die ganze Zeit auf dem Thema herum. Denn wir hoffen natürlich, dass wir das Stadtfest hier in Leipzig das Wetter durchhält und dass wir den Platzregen von heute Nachmittag hier nicht nochmal erleben. Also, The Summertime Blue! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020